Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir standen im Vorwärts zum Tode entschlossen und hatten die letzten Patronen verschlossen. Sie warfen Kanaten und Wienen hinein, wir mussten erliegen, wir standen allein, wir standen allein. Wir haben die Westen zu Grabe getragen, zerfetzt und zerschossen und blutig geschlagen. Von Mördern umschnellt und nicht so rausgeschreckt, uns hat nicht das Blüten der Weißen geschreckt, der Weißen geschreckt. Die letzten Kämpfer, daran wir genossen, die vollste Gewalt und die Heilen erschossen. Marschieren, marschieren, zu seien wir fett, wir stehen ein Sturm und willkommen ist fett. In Russland, da siegten die Arbeiterwehren, sie stellten zusammen die heißen Gewehren. Vom Land von Paris, Budapest und Berlin, genossen kann aus, zum Kongress, zu Lenin, zum Kongress, zu Lenin. Vom Land von Paris, Budapest und Berlin, genossen kann aus, zum Kongress, zu Lenin, zum Kongress, zu Lenin, zum Kongress, zum Kongress, zum Kongress, zum Kongress, zum Kongress, zum Kongress. Vom Land von Paris, Budapest und Berlin, genossen Kann aus, zum Kongress, zum Kongress, zum Kongress, zum Kongress, west-kond börhen, Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020